Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Stein dabei sein für den EBA. Das letzte Mal haben wir Bip Tam, ne nicht Bip Tam, Blumenlauch gesammelt. Äh, äh, Blumenlauch gesammelt, jawohl. Und, ähm... Ja, komm her. Wir haben Blumenlauch gesammelt und, ach, du nervst. Dadadadadadá! Komm her! Was kann ich eigentlich da drin machen? Das probiere ich mal kurz aus. Aha. Aha. Was ist das hier? Eine Bohne? Gut zu wissen. Naja, jetzt jedenfalls ein Troll ist in der Schule, weil er in die Schule gelassen wurde und wir versuchen... Wir wollten Heimile waren und jetzt ist er hier, der Troll. Also, wirklich schrecklich. Ich glaube, wenn wir da reinlaufen, tun wir uns weh. Ja. Muss man natürlich erstmal ausprobieren. Was gibt es hier? Oh, sieht das aus wie ein Level, was keinen Sinn macht. Ah ja, man macht das natürlich, indem man da drüber schießt. Gnome, was machen wir hier unten? Und wir müssen eigentlich den Troll, glaube ich, ins große Loch schubsen, dachte ich. Aber, naja, gut. Autsch. Naja. Was wir in den Harry Potter spielen, ziemlich interessant. Aua. Hallo? Kann ich dich bitte? Du hast auf mich angelogt. Nur weil man einmal in die falsche Richtung schießt. Ich hasse diese Gnome, die laufen so random. So. Äh, das ist interessant. Okay, für was war das jetzt? Für eine scheiß Schokokarte, wo ich nicht weiß, warum ich die überhaupt sammle. Ähm. Das Interessante an den Harry Potter Spielen war ja, dass es damals, als der erste Teil zum Beispiel rauskommt, da hatten wir GBA. Game Boy Color war noch nicht so alt. Ähm. Es gab den PC, es gab die Playstation. Gut, der Nintendo 64, äh, dafür hat EA Ungarn entwickelt, aber haben die meisten. Also, Third Party gab's eher wenig bei Nintendo 64. Das war mit, ähm, das war dann etwas anders mit der Gamecube. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Komm her. Sei dumm. Sei dumm. Sei ein dummes Träuchchen. Ja gut, äh, so dumm bist du nun auch nicht. Autsch. Komm, sei dumm. Ja komm, sei richtig dumm, bitte. Oh, so dumm ist er nicht mal. Schade. Ach, der ist so dumm. Na gut. Äh, was machen wir dann? Hm. Ah, hier unten geht's noch weiter? Okay. Was ist meine Aufgabe gerade? Kann mir das mal einer sagen? Geht Brokkoli. Ja, Brokkoli ist eigentlich nicht viel geht, aber gut. Lecker Limone. No way. Ähm, ouch. Eine Tür. Ah, ich kann hier von hinten reinschubsen. Alles klar, dann komm doch mal her, Kollege. Woops, äh, ja, ich hab jetzt, aua, vorgespult, weil, weil, ist halt so, ne? Jo, das machst du schön, aber, puh. Das ist nicht so einfach, äh, jetzt hier das so hinzukriegen, äh, äh. Ah, verdammt, ey. Mann, ich muss ihn dazu bringen, dass er Mimimi macht, also sein, äh, äh. Okay. Boah, da bin ich viel zu langsam für, ich bin gleich tot. Schrecklich. Ja, toll, kannst du dich aufregen, Kollege. Ups. Ach, schade. Jawoll. Ach, schade. So, und hier weg und, ja. Er trifft mich. Doof. Doof, doof, doof. Na gut. Ja, ja, gar schnell, wenn er kommt. So. Pissig. Und komm her. Äh, toll, kannst du dich aufregen. Ach so. Kann ich dich eigentlich immer schubsen, wenn du gerade dein äh, äh, äh machst? Ja, kann ich. Okay, dann ist es, dann ist es nicht schwer. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich kann ihn nur von hinten treffen. Das hat so gut ausgesehen. Naja. Du bist wirklich gerissen, Harry. Du hast den Troll in die Falle gelockt. Gut gemacht, Harry. Porter. Granger. Weasley. Was fällt euch eigentlich ein? Ihr könnt froh sein, dass ihr noch am Leben seid. Bitte, Professor McGonagall. Wenn Ron und Harry mich nicht gefunden hätten, wäre ich jetzt tot. Nun, wenn das so ist, gebe ich Gryffindor 50 Hauspunkte. Einfach so. Du hast den Troll besiegt. Es stinkt fürchterlich. Wieder, Reinhard. Aber Hermine ist in Sicherheit. Und der Rest von Hogwarts auch. Ist das nicht toll? Einige Zeit später. Wir müssen zum Verwandlungsunterricht mit Professor McGonagall im ersten Stock. Komm schon, Harry. Yippie. Jetzt dürfen wir Dinge verwandeln. Ist das nicht wundertoll? Naja, und es gab, wie gesagt, mehrere Plattformen. Und auch auf der, äh, ich weiß gar nicht, ob Stein der Weisen auch für die PS2 dann kam. Auf jeden Fall weiß ich, dass Kammer des Schreckens, also der zweite Harry Potter Teil, für PS2 kam und für Gamecube und Xbox. Aber da waren sie, glaube ich, überall gleich. Ähm. Willkommen im Verwandlungsunterricht. Verwandlungen ist die gefährlichste Magie, die ihr hier in Hogwarts lernt. Ich hab was übersprungen. Scheiße. Braucht nicht wiederzukommen. Ihr seid also gewahrt. Heute werden wir mit dem Avi Force Zauber leblose in lebendige Objekte verwandeln. Ähm. Gott, Avi Force, genau. Es gab dann im dritten Teil auch noch so Force Zauber. Ich glaube, Force muss dann wahrscheinlich irgendwas mit Veränderung zu tun haben. Ähm. Seid ihr bereit? Dann können wir anfangen. Okay. Um Avi Force zu lernen, musst du Professor Megalder jetzt Zauberstadtbewegungen folgen. Drücke das Steuerkreuz in die Richtung, in die sie ihren Zauberstadt bewegt. Um ihren Bewegungen zu folgen, links, rechts, abwärts oder aufwärts. Jawohl. Warum hab ich das schon wieder vorgelesen? Das ist doch immer gleich. Oben, unten, oben, oben, oben. Oben, unten, oben, oben, oben. Okay. Diese Aufgabe haben sie mit Bravour gemeistert, Mr. Potter. Sie haben Avi Force gelernt. Versuchen wir eine schwierigere Aufgabe. Kann's losgehen? Jawohl. Oben, unten, oben, oben, oben. Unten. Rechts. Okay. Oben, unten, oben, oben. Oben, unten, rechts. Passt. Gut. Äh. Ja, wie gesagt, es gab für... Ich muss aufpassen. Das macht 25 Aufspunkte für Gryffindor. Eine herausragende Leistung mit dem Zauberstab, Mr. Potter. Versuchen wir etwas, das anspruchsvolle... Äh, anspruchsvoller ist, ja? Ich find's schön, wie so kleine Vögel da rauskommen aus dem Zauberstab. Unten, rechts und links, oben. Okay, ich glaub, ich hab's. Wie gesagt, mehrere, ähm... Ich mach's, nachdem ich den Klicks gelernt hab, wenn wir in dem Level sind. Das Beste, was ich von einem Erstklister je gesehen habe. Je andersrum. Harry Potter. 25 Aufspunkte für Gryffindor. Yippie. Nun gut, wir werden jetzt lernen, wie man den Abiforster in brenzlichen Situationen anwendet. Im Nebenraum müsst ihr sechs Goldsterne holen und sie mir bringen. Potter, du gehst als Erster. Natürlich, was auch sonst. Und tschüss. Du hast mit der Abiforster-Ausforderung begonnen. Du musst nur sechs Goldsterne einsammeln und den Abiforster wenden, um schwere Gegenstände von Druckplatten hingegen zu bewegen. Dann öffnen sich Türen und du kannst weitergehen. Manchmal musst du auch die anderen Zauber verwenden, die du bereits gelernt hast. Nein, ehrlich, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Gut. Abiforster ist der Zauber, den du gelernt hast. Er wird durch ein Vogel-Eckon dargestellt. Und ja, ich weiß. Ähm. Aberforn. Gut, äh, der nächste Raum wäre mit Nufu von Gifting Doxies. Sie sind ganz anders als Fäden. Ne, ehrlich, gegen den Flipendo sind sie immun, daher ist es am besten, blablabla, wie Moser-Certacula. Okay. Autsch. Na komm. Dankeschön. Erster Goldstern. Eine Bohne. Und dann gucke ich mir meine Brau vorher um, weil ich glaube, vielleicht haben wir da was so gesehen. Und es gab für, ähm... Okay, ich kann mich auch nicht mehr auf den Schalter stellen, das macht natürlich Sinn. Okay, hier kann ich nichts machen. Äh, ja. Für alle möglichen Plattformen gab es dann diese Spiele. Ich habe es gespielt auf dem PC. Das ist auf jeden Fall unterschiedlich als auf der Playstation. Playstation habe ich es auch gespielt, war auch eine sehr interessante Erfahrung und leider hatte ich es dann irgendwann nicht mehr. Ich habe es nie... Ich weiß nicht, ob ich es durchgespielt habe. Auf jeden Fall war es ein cooles Spiel auf der Playstation. Und auf dem PC habe ich es nur einmal durchgespielt. Und, ähm, ja. Kann ich mich nicht mehr so gut daran erinnern. Und, ähm... Ich habe den Game Boy Color Teil mal gespielt, der genauso oder ähnlich abläuft halt wie der Color Teil von Kammer des Schreckens. Der ja einer meiner den Blickspieler überhaupt ist. Aber es ist so eine Art RPG. Das ist verdammt cool gemacht einfach. Und ja, den ersten Teil habe ich auch mal gespielt. Das ist standerweise und irgendwie... Ja, er ist sehr schwer. Das sind blaue Gnome, die stehen wieder auf. Ups, äh, da müssen wir vorsichtig sein. Ja, also, ähm... Mühle, beziehungsweise... Naja. So viel Zeit habe ich auch nicht. Aber Hauptsache, ich habe hier mal Parts. Ich wollte eigentlich noch Outlast aufnehmen, aber wahrscheinlich kommt dann morgen einfach... Ähm... Aber mir hätte eigentlich einen 15-Minuten-Part machen müssen. Im ersten... Aber, na gut, was soll's. Entweder kommt dann morgen... Egal, kein zweiter Teil von... Also, kein zweites Projekt. Oder... Ähm... Ja, wie gesagt, eben Call of Duty. Mal gucken. Call of Duty habe ich ja noch ein bisschen was. Die Tür ist zu. Okay, ah, du bist da noch rüber. Sehr schön. Man muss halt immer ein bisschen pre-feiern hier. Das ist wirklich so. Äh... Wups. Äh, aber voll. Naja. So. Ah. Lass mich raten. Bums. Ich muss dich aktivieren und du fährst jetzt hier drauf. Und dann kann ich da durch. Aha. Warum hast du so kurz gestoppt? Das ist sehr seltsam. Plumm. Und das Sternchen? Nee. Aber interessant, dass EA sich mal solche Mühe gemacht hat, sag ich mal. Okay. Aber wie... Äh, Alomora ist dann nur nötig für so eine Truhe, was auch interessant ist. Aber... Naja. Gut. Da sag ich jetzt mal nicht unbedingt was gegen. Äh, das ist aber auf jeden Fall nicht schwer. Wie wir sehen, sind wir eigentlich durch. Äh, jo. Äh, wupsi, wupsi. Dim, dim. Dim, 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 dim. Ja, so ähnlich wie der komische Kerl daneben mir, der nervig ist. Der McGonagher, sie können nicht laufen. Gut gemacht, Potter. 50 Hauspunkte für Gryffindor. Du kannst jetzt gehen. 50 sind verdammt viel. Aber gut. Also für Harry Potter ist es vier eigentlich. Äh, ähm, ewig. Lieber Harry, glaubt, dass ich dir helfen kann, die dritte Zutat Flubberwurmschleim für den Zaubertrank zu finden. Treffen wir uns zu einem Garten Hagrid. Ja, meine Lieblingsmission. Woohoo. Ich glaub, man merkt mir meinen Enthusiasmus an. Wir gucken mal, wie die Hauspunkte aussehen. Äh, da, da, da. Da, da. So. Wir haben einen Riesenhaufen. Und Ravenclaw auch. Und Slytherin hat fast am wenigsten. Natürlich hat Hufflepuff am wenigsten. Wer auch sonst? Weil Hufflepuff mag ja keiner. Außer ich. Ich mag Affenpuff. Ich mag Ravenclaw und ich mag Slytherin und ich mag auch Gryffindor und sich, aber ja, keine Ahnung. Slytherin ist ein interessantes Haus, muss ich sagen. Ach ja, wir müssen ja den Weg zu Hagrid jetzt wieder laufen. Supi. Ich frage mich, ob die ganzen, ähm, na, ja, ja, eine Erinnerung von Professor Sprout, ähm, ob die ganzen Objekte, fuck, noch im Weg sind, die uns gestört haben. Wisst ihr, ich find das unfair. Diese Gnome sind echt nicht einfach. Das ist nervig. Die sind scheiße und unfair und doof und nervig. Bam 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 so. Der Weg hier ist auch immer der gleiche, das ist ziemlich doof, find ich. Äh, dich hätt ich nicht nochmal weiterschieben müssen. Ja, und ich muss doch immer... Da 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 da, aber die Musik ist cool. Ja, warum trifft mich denn der Dorn, Dings? So, jetzt muss ich aber vorsichtig sein, weil hier ist ja ein Gnom. Nein, 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 der hat schon wieder auf mich angelockt. Na, komm her. Komm her. Okay, er ist tot. Ähm. Die Musik ist so cool. Ja, das find ich wirklich. Bam bam. Das sag ich wahrscheinlich auch nur aus Nostalgie. Keine Ahnung, ob ich die Musik so gut finden würde. Interessant. Ich hab so nie wirklich die Musik von Fusion als supergeile Ohrwurmstings, ähm, also von Metal Fusion als supergeile Ohrwurmstings im Kopf gehabt. Also ich find sie gut und sie passt atmosphärisch überall rein, aber so im Kopf geblieben, also wir bleiben, also so, wir fallen halt jetzt gerade so, wenn ich drüber nachdenke, allerhöchstens der Theme von Ridley ein und das war's. Und der kommt halt auch immer, wenn man flüchtet und so, ne? Ja, du, was? Gut, die Dornen haben mich da vor- Ich muss hier starten, ist das euer Scheißernst? Weißt du, die Dornen haben mich an derselben Stelle vorher nicht erwischt. Autsch, mir ist scheißegal, scheiß Gnom-Viech. So, Bums, ich kann auch hier vorbei, oder? Ja, natürlich kann ich mich da vorbeimogeln. Wunderschön an der Tüte. Gut, zum Glück kann man sich da vorbeimogeln, weil da muss man hier nicht, aua, das Ganze die ganze Zeit immer wieder und immer wieder neu machen. So. Ähm, nochmal. Bums. Ja, du triffst mich. Och, scheiß Sonnenwische. Okay. Äh, ja, wir wollen erstmal speichern, so aus Spaß. Ich spule viel zu viel vor, aber es ist mir egal. Jawohl, die Schleimchen. Ach Gott. Oh, hi Hermina. Hallo, Harry. Schön, dass du kommen konntest. Die Flubberwürmer sind draußen im Garten. Wie kann ich sie denn am besten einfangen? Nun, Flubberwürmer hören gerne Musik, genauso wie einige andere Tiere auch. Wie Fluffy zum Beispiel. Kannst du sie verzaubern und beruhigen, indem du eine Melodie spielst? Also kannst sie verzaubern und beruhigen, indem du eine Melodie spielst auf dieser Flöte. Dann kann man also den großen Hund im verbotenen Korridor ebenso mit Musik verzaubern und beruhigen? Ja, das nimmst du halt jetzt einfach so an. Einfach so. Woher bist du hier von Fluffy? Fluffy? Ja, er gehört mir. Hab ihn von so einem kleinen Griechen gekauft, dem ich letztes Jahr begegnet bin. Hab ihm Dumbledore gegeben, damit er auf den... Ja? Haltet euch bloß von diesem Korridor fern. Was immer er auch da unten befindet. Es ist eine Angelegenheit zwischen Dumbledore und Nicolas Lamelle. Äh, wir haben uns nur gewundert, das ist alles. Ist ja jetzt auch egal. Harry muss sechs Flubberwürmer mit der Flöte verzaubern und sie nach hier bringen damit Hermine, und ich den Schleim extrauern kann. Warum darf ich bloß immer die schönen Dinge machen? Okay, danke, Hagrid. Sechs Flubberwürmer. Was für eine wunderbare Flöte. Äh, das sind sechs Flubberwürmer, Harry. Bringt sie nach hier, damit Hermine... Ja? Ja, ich freue mich schon sehr darauf, wirklich. Das glaube ich dir. Ja, wir können sie so spielen. Okay, interessante Melodie, die ich gerade nicht zu Ende spielen konnte, weil ich von einem Bärenbärenbusch aufgehalten wurde. Naja. Gut, ähm... Jo. Vielleicht mach ich danach doch noch einen 15-Minuten-Part mal gucken. Jedenfalls... Hab jetzt diese Flöte bekommen. Und Harry kann wirklich, dafür, dass er noch nie Flöte gespielt hat, perfekt Flöte spielen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass er verzaubert ist, wer weiß. Ich bin runtergefallen, weil ich ein Idiot bin. Wuhu! Darf ich mir den ganzen Text hier nochmal anlesen? Ja, darf ich. Ah! Cooles Spiel. Na gut. Wumms. Ah, fuck. Das war mir zu schnell. Da war mir die Geschwindigkeit zu hoch. Doxys sind tot. Hagrid, was hast du bitte im Garten und wie riesig ist dein Garten, bitte? So. Ja, rollps. Lops. Ist auf. Ring. Ich kann hier rüber. Hier ist zum Beispiel ein Wurm. Der sollte auch nicht, glaube ich, in die Nähe so einer Tentakula gelangen, weil wer weiß, was dann passiert. Rums. Ein Doxyviech. Komm her. Ach, komm schon. Och. Autsch. Meine Fresse, kann ich dich auch loswerden irgendwie? Hilfe. Hilfe. Aua. Ja, gut. Ich frag mich, ob... Hm. Okay. Jetzt nicht geklappt, aber... Oh. Ja, ich bin ein, äh, guter Spieler. Der jetzt, glaube ich, aufhört, weil ich hab immerhin hier gespeichert. Also, hey. Ja. Ja, ich hör jetzt auf. So, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's. Etwas fällig oder zählst. Es kommt mein absolutes Lieblings-Lavin im Spiel. Uah. Ja. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Tosti. Ciao. Ciao.